Ich weiss halt nur nicht ob das jetzt 11 ist. Koch? Oh das ist das Kochding glaube ich anscheinend. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das 11. Das ist wohl leider wieder eine Ballermission. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Payday 2. Es geht wieder nahtlos weiter mit einer weiteren 3-Tages-Mission. Hier ist Chaos Sonic X89 und? Keanu, hi. Und ich bin am überlegen, Flutlicht kaufen oder eher nicht? Ich lass es mal. Mhm. Denn wir dürfen jetzt mal ein bisschen kochen. Gut. Okay. Ja, hier hört rum ne Ballert. Mhm. So, wir müssen uns wieder sehr viel deutlicher konzentrieren. Ja. Ähm, du übernimmst wieder das mit dem Kochen. Du hast das immer besser hingekriegt als ich. Mhm. Mhm. So, jetzt brauchen wir mal die Zutaten. Ja wo sind die denn? Weiss eins, weiss nicht. Okay, ich hab meine drei schon. Wow. Wow. You're looking for muriatic acid, caustic soda and hydrogen chloride. Easy, aber. Das ist wirklich easy. Was ist alles neu? Okay. Achso, das ist, äh, medipack extra. Swat scene coming from the lumber mill. Keep them away. With your hands over your hands. We're coming in. The railway bridge. They're coming from the railway bridge. Keep them away. We all locked you up until often in the wall. Oh, shit. It's a danger. Units inside. In the building. One team. Deep breath. Cops, a stairwell. Okay. We're coming after that. Oh, I'm going with Maria. Bei der Mission ist es auch so, dass die Kopf sehr häufig, äh, das Licht, äh, Strom ausstellen. Swats are incoming from the forest next to the road. Be careful. Ach, ich finde das ein bisschen scheiße, dass die jetzt nicht mit mir mitkommen. Ja, die haben lieber mal wieder Bock, bei mir hier oben zu bleiben. Ich bin... Kann ich die irgendwie rufen oder so? So, wo haben sie den Strom genau ausgeschaltet? Ich bin der Strom ist unten im Keller, anscheinend. Ich bin der Strom ist unten im Keller, anscheinend. Ich bin der Strom ist unten im Keller, anscheinend. So, ich hab Clover jetzt. Ich hab Clover jetzt. Mit mir mitgekommen. Gut. Ich brauche ja eigentlich keinen Feuerschutz. Ne. Oh, ich hab ja nur noch das. Ne. So, das erste MF habe ich schon mal. Giro hier, kann sie schon mal tragen. Ich lass das ja auch nicht fallen. Wow. Alty-Bete. Die sind schon wieder ausgegangen oder was? Ja Das habe ich gar nicht mitbekommen Ich bin down, weiss ich nicht wo Soll ich dir noch Prometic Tags hinlegen? Jaja bitte Sehr gut Das kann ich mir dann nehmen, wenn ich Mutternmann habe Ah, da muss ich es Okay, keep that smoke to a minimum Keep going Ich muss mir nur Beschneid sagen, wenn du wieder welches brauchst Ich habe noch 10 Ja Okay Oh Das muss ich brauchen Okay What the hell Oh Ganz dahinten Oh Ne Quatsch, das ist ganz einfach Was anderes Ich kann den Typen hier nicht killen Alter Alter Scheiße Der Dreckiger Wichter Oh 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 Ja Ich habe ihn gehört Ich weiss der Arsch Ne, der ist weg, der ist weg, der hat mich ausnahmsweise mal verfehlt Okay 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 Ich habe die Leute jetzt auch bei der Aufnahme gehört So hört sich ein Clover an Ein Cloaker, nicht Clover Mich hat gerade einer erwischt Mich hat gerade einer erwischt Und ich konnte nicht mehr kämpfen Glück nicht Ich habe das aber vorhin schon hinzugefügt Bein Oh Ich bin down Yeah Yeah Devo, Knover Hallo Noch 20 Sekunden Ah So Okay Okay Ich habe das Dritte Ich hatte Fluchtwort da Jetzt schmeiß ich alles rein und taue ihn ab ich bin gleich wieder down ich bin wieder down bei mir ist alles grau ich bin hier ich komme nicht an die scheiß hülle ran ich kann nicht sagen dass ich eine habe wer zum teufel hat jira ist die frage gelassen ich nehme die schon ok ich renne jetzt hier zum weg hin wenn ich noch einmal darum gehe was was für mich der transport ist wenigstens da was für so soll betreiben wurden sie schon auf stetschwert wenn ich wissen wie es auf dem nächsten schiff hat es gerade aus ich mag gleich mission viel lieber das ist jetzt unnötig verlängert du die qual ich glaube ich muss meine angestellten generell die löhne kürzen ich glaube die meine scheinen kaputt macht und jira die immer im weg steht oder der immer im weg steht ok folks i spoke to hector the mendoza higher ops are fleeing the country but hector isn't quite ready to let them leave he wants to know where they're headed a rat in their midst has sold a lot to the cobra street gang this is pricks that even hector's people don't deal with which is where you come in trade the meth with them for the info so wir sind zurück jetzt mit tag 2 es gab ein paar kleine komplikationen aber die werden die nicht zu sehen kriegen da die mission die gleiche war wie letztes fall ich glaube das war ein bisschen zu früh der hatte noch einen text was soll ich das denn wissen ich habe vergesst die meth mit zu nehmen scheiße passiert b ernsthaft ja jetzt frage ich mich jetzt gut auch ernsthaft diese beiden zu dämlich doch auch noch so ich erinnere mich an das treppenhaus hier wird es gleich lustig mh mh yo die info was in the safe i'll get it open for you okay we got what we need time to get out of there und wo ist die böse überraschung die böse überraschung ist dass ich in diese wohnung reingerannt bin ohne es hier zu sagen haha wow was ist böse ich habe nichts dagegen als wenn das spiel meint es muss man unbedingt schon der mission oder uns ich nehme es gerne eh einfach den top 2 die böse hat mir keine bock get the money eliminate the mendoza top guys and end this story we'll go in by chopper ok the chopper is coming over the convoy now we're on the bridge well done alex for once hit him and finish it the money's ours no matter what get it done the convoy has stopped move towards the bus remember we're after the rat head for the bus keep your heads low and move from cover to cover so jetzt müssen wir da rüber ja we're go zeitlich gefesselt das war die beste drei tages mission er hat nicht mal ganz 25 20 minuten gedauert im gegensatz zum letzten die hat mich zwei stunden also 50 minuten verpackt ja auf jeden fall das war sehr die erste hat hat abgefuckt aber die letzten zwei waren halt zu easy ich beschwere mich nicht das war chaos und die gesundachter kommt ja nur hi bei der nächsten mission wollen wir mal hoffen dass es ein bisserl wieder action reicher wird bis denne bye